Ein loser Reifen rollt über die Fahrbahn. Was dann passiert, war nicht zu erwarten. Auf dem Autobahnring in Moskau rollt ein herrenloser Reifen über den Asphalt. Um einen Unfall zu vermeiden, bremsen gleich mehrere Fahrzeuge. Dann kracht es. Von hinten rast ein Auto in die stehenden Fahrzeuge. Aber nur Blechschaden, also halb so wild. Aus den beschädigten Autos steigen zwei Männer aus, was sich als lebensrettend erweist. Denn einen Augenblick später sehen sie die nahende Gefahr. Die beiden rennen um ihr Leben. Zwei Lastwagen, einer davon liegt auf der Seite, schieben sich ins Bild. Insgesamt neun Fahrzeuge sind an dem Unfall beteiligt. Verletzt wird zum Glück niemand. Sogar der Fahrer des umgekippten LKWs klettert aus dem Fahrerhaus. Und das alles nur wegen eines losen Reifens.